Der Dilemma Und einige von euch haben sich verirrt, nicht wahr? Mama, bist du böse? Der Raymond sagt, er ist hier und ich zieh ihn nach Hause zurück zu holen Ich weiß, du bist hier und ich weiß, du kannst mich hören Du hast vielleicht keine Zunge, aber deine Ohren sind völlig in Ordnung Willst du wissen, warum ich hier bin? Warum? Ich bin hier, um dich zu bestrafen Warum hast du ihn das tun lassen? Es ist eine Sünde Ich liebe ihn! Das tust du nicht, es ist Wolllust Er wird niemals aufhören, oder? Ich habe ihre Mutter gesehen Sie ist so ein Mensch, der die andere Wange hinhält Tun sie das auch? Lass deine Liebsten nie allein Das solltest du langsam wissen